Einmal durchlüften bitte, aber mit dem richtigen Cabrio. Vom Smart Cabrio bis zum Aston Martin Vantage. Sei so frei. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Nach dem Fehlstart in die Regionalliga-Saison geht es für den HSV 2 langsam bergauf. Die letzten beiden Partien gegen Havelsee und Lüneburg wurden deutlich gewonnen und auch heute gegen den SV Trochtersen-Assel in den roten Trikots von rechts nach links soll ein Sieg her. Und für den HSV geht es richtig gut los. Nach einer Jatza-Flanke kriegt Trochtersens Stör den Ball an die Hand. Schiri Christian Scheper zeigt zu Recht auf den Punkt. Die Verantwortung übernimmt Mittelstürmer Christian Stark und trifft die frühe Führung für die Gastgeber. Genau so hatte sich das Trainer Steffen Weiß vorgestellt. Für den 20-Jährigen Stark ist es das vierte Saisontor. Er steht stellvertretend für den Aufschwung der Rothöschen. Am Anfang der Saison wurden ihm die Profis Abt oder Winzheimer häufig vorgezogen. Nun wird vermehrt auf feste U21-Spieler gesetzt und Stark trifft auf einmal wie am Fließband. Vier Tore aus den letzten drei Spielen lautet seine überragende Bilanz. Trochtersen nach dem frühen Gegentor erstmal geschockt. Der HSV ist jetzt am Drücker. Doch dieser Abschluss von Leon Montaing geht am Tor vorbei. Generell ist das Spiel aber bisher recht chancenarm. Weder der HSV noch Trochtersen, die im DFB-Pokal gegen den großen FC Bayern die Überraschung knapp verpassten, erspielen sich wirklich große Chancen. Doch wenn es mal gefährlich wird, dann vor dem Tor der Gäste. Christian Stark verpasst hier knapp seinen zweiten Treffer. Und das Auslasten solcher Chancen rächt sich im Fußball gerne mal. Trochtersen hat auf einmal etwas mehr Platz als bisher und schon wird's brandgefährlich. Das ist Till Hermann-Dung. Es bleibt beim 1-0 zur Pause. Da hat der HSV nochmal Glück gehabt. In Halbzeit 2 zeigt sich uns ein ähnliches Bild wie im ersten Spielabschnitt. Gute Chancen sind absolute Mangelwaren. Doch wenn es mal gefährlich wird, ist natürlich Christian Stark beteiligt. Der legt hier ab auf Khaled Mohsen. Doch sein Abschluss wird im letzten Moment von Nico Mau geblockt. Von Trochtersen kommt eindeutig zu wenig. Wir springen in die letzte Minute der Nachspielzeit. Ecke Janu, Kopfball El Salih. Was für eine Glanzparade von Behrens. In letzter Not kriegt Hamburgs Schlussmann hier noch die Fingerkuppen dran. Und hält damit den Sieg fest. Durch den frühen Treffer von Christian Stark gewinnt der HSV 2 auch im dritten Spiel in Folge. Und springt in den Tabelle vorübergehend auf Platz 8. Beste Stimmung also bei Steffen Weiß, seinem Team und einem ganz besonderen Geburtstagskind. Unser Physiotherapeut, der feiert heute 50. Geburtstag, Jörg Fick. Den haben wir ein schönes Geschenk gemacht. Ja, der freut sich. Er hat seinen Hula-Hoop-Tanz, wie ich ihn nenne, aufgeführt. Eben in der Kabine sind wir natürlich alle glücklich drüber. Wenn wir auf die Art und Weise unser Funktionsteam, die Spieler das Funktionsteam auch mal beschenken können. Weil für uns alle ist immer Gewinn, immer eine schöne Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss Alltag. Hallo Freiheit. Wollen wir ins Meer? Oder in die Berge? Hauptsache, Sternenhimmel zum Einschlafen. Und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.